Ja hallo zusammen, da bin ich mit einer neuen Runde, ähm, Ars Epoch, ich werde auch nicht jünger. Ja, da habe ich, was auch immer, 2.000 Gold, 3.000 Experience, ich glaube, hier geht gerade nix, doch da würde einer gehen, das ist jetzt aber nicht ganz so relevant. Ich will mal gucken, warte, da sind wir auch nicht mehr so weit von weg, wir haben auch noch ein Unspend Point, den packen wir mal hier rein, aha, jetzt haben wir es, glaube ich, weil da haben wir die ganze Zeit drauf hingearbeitet, Aerial Assault, Wieso habe ich den auf Stufe 17, ich habe da nix, äh, so ein Move, Skillpoint, naja gut, ist halt so. So, jetzt muss ich aber erst mal gucken, was das so macht. Skillen tut es dann, weil ich jetzt noch nicht genau weiß, was ich machen will, das überlegen wir uns dann. Und da fällt mir gerade ein, den kann man mal eben weg machen hier, mit dem hier hin, auf der 3. Äh, wo will ich jetzt eigentlich hin? Ach, egal. Okay, was macht der jetzt? Okay, wir hüpfen da scheinbar. Könnte ein Movement Skill sein. Wollen wir mal festen. Okay. Gut, aber hier wollen wir erst mal wieder weg, weil hier haben wir die Sache erledigt. Gut, dann müssen wir hier hin. Und was ist der Weg von so Races, ja. Nee, wir wollen, wo wollen wir denn jetzt eigentlich hin? Wir wollen hier hin. Wir wollen zu dem Lower Temple. Ich weiß nicht, ob ich da von da hinkomme. Nee, irgendwie nicht. Dann vielleicht von da. Mal gucken. Na ja, die Zeit soll ich auch mal starten. Ich vergesse es immer wieder. Ja, ich glaube, ich habe jetzt hier für euch kurze Info. Ich glaube, ich habe jetzt hier die ideale... Mh... Äh, die idealen Einstellungen für den Speicher gefunden. Also die Grim Dawn-Aufnahme lief gestern ohne Schwierigkeiten durch. Heute werde ich auch nochmal eben kurz... Wie komme ich denn? Lower Temple ist die Frage. Hier, da, okay. Hier ist der Strich. Ja, jedenfalls scheint er jetzt stabil zu laufen. Ich habe ihn jetzt auf 6200 MHz eingestellt. 6800 Kana, 6400 lief auch schon stabil. Ach, hier waren wir alles klar. Nervt nicht. Ja, ja, den scheiß kannst du dir aber auch. Ja, da gab es aber gar nicht immer... Eieieiei, jetzt muss ich aufpassen. Das war nicht so nice. Nicht so wirklich. Ja, ja, du gehst mir nicht auf den Sack hier. Okay. Ja, okay. Ja, ganz schön. Ja, ganz schön Auer gemacht. Gerade eben. Na, mal weiterschauen. Ja, irgendwie war ich heute schon wählen, aber ich war gestern schon so platt und fühle mich auch heute nicht sehr viel besser. Ich hoffe nicht, dass ich krank werde. Ich habe gestern schon amut völlig neben der Spur gegeben. Ich werde jetzt auch nur die vier Folgen aufnehmen und dann werde ich mich wieder auf die Mautschutz packen. Und wie bin ich heute eigentlich wieder recht. Oh 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 oh. Wir haben ja einen guten Feuerschaben da, oder? Jetzt gut. Mautbomb. Weiß ich auch nicht. Und wieder einen Key. Okay. Okay. Wir sind immer dran gewöhnt, dass mein Dash weg ist. Mein Dash hat ja immer noch ein bisschen Helds gegeben. Hm. Oh. 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 Oh 이거 auch rein. Ne, aber das haben wir nachher geschleilt. Aua! Lass du Scheiss davon nachher. Wie der Arschloch! So, wo sind wir denn jetzt hin hier? Da drüben wir irgendwie. Ich bin Shadow. Oh, was hat das mit In The Shadows zu tun? Hm, man weiß es nicht. Wieder ein Schlüssel, die trappen ja heute wie blöd. Das ist also im Prinzip ein Movement Skill. Im Prinzip ist es ein Movement Skill, der auch eine Attacke auslöst. Das ist eine Attacke. Das ist ein Thema. Das ist ein Thema. Das ist ein Thema. Oh, hier ist es. No. Das war's close. Ja, ja, ja. Lass den Scheiß. Ja, ja, ja. So. So, so, so. Da geht's in The Lower Temple. Ja, 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 ja. So, so. 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 So. So, so. So, so. So, so. So. So, so. So. So, 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 so. 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 so. Du denkst, wie du das machst, meine schuldige Vesselmaiden? Ich versuche das Cycle. Ich versuche zu sein, dass du dein Sacrifice bist. Unschuldig. Rage ist unbekommener von dir, Kind. Das ist nicht Rage. Für millennia, die Vesselmaidens haben died, so dass du, dass du leben kannst. Jetzt fühlst du den unendem Abyss der Despair. Was? Was machst du jetzt? Warum zeigen wir unseren Gästen das Torment, das dich jetzt befüllt? Was ist passiert? Geh aus meinem Kopf! Hm. Wer will denn schon in deinem Hirn sein? Die Frage ist berechtigt, finde ich. Ja, dann auf geht's. Schauen wir mal. Ja, 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 ist ja gut. Das grüne Zeug ist wahrscheinlich nicht die beste Idee, sonst überhaupt, denn irgendwelches farbiges Zeug ist eine beschissene Idee. Oh, ab da. Aber ganz dringend. Das war nicht schön. Das war nicht so nice. Das war nicht so nice. Nicht so. Das war nicht. Insekts! Begun! Begun! Fall Insekts! Begun! Achtung schon! Achtung schon! Einem Haus aus der Scheiße! Achtung schon! Achtung! Das ist der Weg! Ich muss aufhören mit der Scheiße! Ich jetzt mal! Ich muss aufhören mit der Scheiße! Ich muss aufhören mit der Scheiße! Fall Insekts! Meine, 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 meine! Oh, get out of my mind! Get out! Ich glaube, da kommt jetzt... Ja, ich wusste es doch! Ich wusste es doch, dass ich hier mal nicht mehr Zeit habe! Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, was sie nicht mehr so schnell ist... Ich weiß nicht, was sie machen... Ich weiß nicht! ich hoffe nicht dass ich wieder bei null beginnen muss sieht aber so aus und deshalb mache ich heute hier jetzt eine kleine pause wird meinem skillen und dann probieren wir es noch mal bis zum nächsten mal tschüss